Die mochte keiner, die haben sie aus dem Zelt geworfen. Ja, dann müsstest du da hängen. Ich kann hier auf die Zehenspitzen mal hauen. Klatsch, klatsch, Gugnisse. Oh toll, sag jetzt nicht, du lebst schon wieder alles leer. Nein. Nein. Oh, lecker Thunfisch. Oh. Selbst die Zombies sind alle schon geplündert. Oh, Bier. Ich hab Bier gefunden, du nicht. Ich hab's bei meiner Tasche. Mir doch egal. Wollten wir nicht eigentlich zum Trader gehen? Ja. Ja, warum hängen wir denn hier schon wieder rum? Ich weiß das auch nicht. Finger weh. Was? Irgendwie bin ich komplett voll jetzt. Oh. Oh, jetzt schwitze ich und stinkig. Ich wollte nichts sagen. Na, was? Alter. Alter. Irgendwie hab ich jetzt Angst, dass du mir im Rücken hängst. Ein Vogelnest. Also, ich bräuchte dringend mal Steine. Yippie, ich hab das Armbrustrezept gefunden. Du nicht. Das ist sehr gut, ja. Ja. Ich baue dir aber keine, weil du immer böse bist. Ich bin gerade ein bisschen sehr überhitzt. Jetzt stehe ich im Kaktus. Aua, aua, aua. Aua. Ihr wart so ein süßes Paar. Kannst mir das nochmal zeigen? Ich hab das nicht gesehen. Bloß, sie hat sich nicht rasiert. Sie war sehr stachlich. Daraus konnte nichts werden. Das ist Diskriminierung. Ja. Ich muss mir mal die Schuhe ausziehen, ja? Wenn es ein bisschen riecht. Entschuldigung. Ja, wenn jetzt hier alles, was Grünes, eingeht, wissen wir warum. Dass du das gute Essen stehen lässt, ist unglaublich. Ja. Ich bin satt. Außerdem kann ich es gar nicht mitnehmen. Irgendwie müssen wir aus der Sonne raus. Ich bin bei 113 Fahrenheit. Ich bin bei 115. Oha. Hab langsam Sonnenstich. Ja, dann. Guck mal, da ist Grün. Ja. Aber ich hab das Gefühl, der Händler wird nicht größer. Nee. Irgendwie. Noch mehr Geld. Es lohnt sich richtig, zum Händler zu gehen. Haha, den hast du übersehen. Nee, gerade wo ich mich umgedreht habe, hab ich ihn gesehen. Aber da hast du schon deine Griffel drinnen gehabt, denn. Alter. Das Haus davon ist doch schick. Es sieht wunderhübsch aus, ja. Ja. Und es gibt Wasser in der Nähe. Es gibt Wasser. Hm, guck mal auf die Karte. Richtung. Osten. Ist gut. Seh ich nicht. Oh, ein Crawler. Krabbler. Mhm. Kannst du auch looten. Ja, danke. Und dir die Knochen rausschneiden, wenn du das möchtest. Ja, das ist eine gute Idee. Ah, zwei Knochen. Super. Ja. Oh, hier, schick. Viele Ressourcensteine. Nicht, wenn wir mal fertig sind. Auf jeden Fall kühlt man endlich mal wieder ab. Das stimmt. Das stimmt. Alles klar. Die Knochen. Oh. 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 Hast du dich jetzt heimlich an den Bomben geschlichen, dass du gesneakt hast? Ja, damit der nicht wegläuft. Wieso ist mein Inventar so voll? Ja, du musst unbedingt mal ein bisschen aufräumen da. Oh, kannst du Kohle mitnehmen? Ja. Hier liegt welche. Hier. Jetzt. Weil mein Inventar sieht irgendwie nicht besser aus. Sag mal, mit dem Old Cache kann man da überhaupt was mit anfangen oder kriegt man da nur Papier raus? Da kriegt man nur Papier raus. Dann zerlege ich das einfach jetzt, ne? Ja. Dann träge ich mal einen Blutbeutel leer und dann habe ich ein bisschen Platz. Nur am Futtern. Ja, wie in Uriel. Ach, Gewalt gegen Steine, ja? Ja. Das ist das Schlimmste. Die rennen nicht weg, du. Ja, die können sich nicht wehren. Das ist irgendwie das, was mir immer fehlt. Steine. Steine. Ach, Leben könnten wir mitnehmen. Eine Schippe hast du nicht zufällig, ne? Nein. Ich baue mal kurz eine. Ich habe noch ein bisschen Platz. Ich dachte, du hast keinen Platz. Ja, nachdem ich den Blutbeutel leer getrunken habe und so geht das schon wieder. Blut gesoffen. Du bist ein Vampir. Ja. Weiche. Mach das ordentlich. Natürlich. So, dass du stolperst, wenn du hier mal lang rennst. Nein, ich reg mich jetzt nicht auf. Wenn du mal einen Zombie wegrennst und genau hier stolperst, dann weißt du, wer hier gebuddelt hat. Und du kannst sicher sein, dass ich ganz weit weg stehe. Oh, Midgarten. Ja, das ist doch schön. Toplage. Billion Miete? Mhm. Gucken wir es uns mal von innen an. Sieht sehr zügig drin aus. Wow, was ist das für ein Riesenhaus? Das kenne ich gar nicht. Haben die neue Gebäude dazu gefügt? Das sind neue Gebäude, aber das müsste schon in der 14 drin gewesen sein. Das kenne ich noch nicht. Ich finde das gerade echt genial. Hier ziehen wir ein. Okay. Da ist noch der alte Mieter. Echt? Ja, der grummelt da draußen. Gefällt ihm gar nicht, dass du sein Haus nehmen willst. Jetzt wollte ich mit einem Spaten erschießen. Wie da drin ist, schon wieder alles gelootet wird. Was? Was wäre ich nicht? Man hört nur knick, knack, knick, knack. Kann gar nicht sein. Du musst das mit den Ohren haben. Kriegen wir Besuch? Ja, irgendwie hast du da drin einen Zombie, oder? Nee, steht draußen. Glaub ich. Ja, steht draußen. Da. Es sind mehrere. Es sind mehrere, ja. Oh oh, geh weg. Ja, du musst auch treffen, du. Haha. Oh, der hat Drogen gehabt. Stumm Dealer gewesen. Dann hört man ja gleich wieder bei dir klick, 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 klick. Mach unser Garten nicht kaputt. Ich räume nur ein bisschen auf hier. Habe ich keinen Platz für. Dann sollten wir uns oben mal entleeren, oder? Mhm. Oh, ist das nett. Macht mir die Tür wieder auf. Nein, ich wollte die eigentlich verschließen. Das ging auch leider nicht. Ich habe mich schon echt gewundert. Wo wollen wir denn die Forge hinstellen? Hier ist das Schlafzimmer. Da werde ich jetzt mal fix meinen Bedroll hin klatschen. Ach, an der Toilette war sie nicht und da ist eine Pistole drin. Du verarschst mich. Guck mal, was ich gefunden habe. Ach, ich guck nicht hin. Ist mir egal. Mann. Ah. Targerfeuer? Klatschen wir das hin? Natürlich sind beide Kisten abgeschlossen, ne? Oh, 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 oh. Tut mir gar nicht leid. Ja, das kenne ich ja von dir. Lagerfeuer, 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 geht. Das ist am besten so hin, dass man nicht gleich reintritt. Ach du, da habe ich mir von dir was abgeguckt. Macht Spaß, ne? War nichts. Ich glaube, ich weiß genau, was passiert ist. Nein, kann gar nicht sein. Ohne es gesehen zu haben. Das schneide ich aus dem Video auch aus. Ich kriege das da gar nicht drauf. Verdammt. Okay, es tut sich dann an einer Wand hier. Können wir ja rausnehmen. Ne, lass mal da. Nehmen wir die Decke raus. Dann regnet es doch mal rein. Haben wir aber ein Fenster. Und den können wir ja zumachen. Oh, ups. Okay. Also jetzt fällt dir das auf jeden Fall nicht mehr runter. Das ist safe. Okay. 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 Okay.